Ja hallo zusammen, heute kommt zu einem weiteren Competitive Deck Check auf dem Kanal. Ihr konntet abstimmen im letzten Deck Check, welches Deck als nächstes kommt. Es hat mit einem Prozent Vorsprung das Crameter Deck gewonnen, das schauen wir uns heute an. Damit aber die ganzen modernen Fans nicht so lange warten müssen, bis es im Adventskalender mit den Gameplays weitergeht, machen wir morgen das zweite Deck, das Mill Deck, auch noch im Deck Check. Also Doppeldeck Check ist jetzt noch angesagt für das Ende der Woche und ich rede jetzt auch nicht mehr viel vorweg. Wir legen sofort los. Viel Spaß mit diesem Video. So, hier seht ihr jetzt auch einmal das Hauptdeck über das Sideboard, werden wir natürlich dann noch im Anschluss reden. Und man sieht schon auf den ersten Blick, es ist ein Toolbox Deck, ein relativ ungewöhnliches, muss man allerdings sagen. Es legt nicht so großen Wert auf die Kombos, die wir in der Regel im modernen Format sehen, aus diesen kreaturenbasierten Kombo-Decks. Es ist eher so eine Beatdown-Variante mit einem kleinen Kombo-Finish, könnte man sagen. Man kann mit dem Deck die Gegner wirklich sehr gut unter Druck setzen. Wir sehen auch einige modernrelevante Karten, wir sehen aber auch viele neue Karten. Und deswegen wollte ich das Deck einfach mal besprechen. Ich finde es auf jeden Fall super cool, auch den Decktypen so an sich. Bevor wir uns jetzt aber die Einzelkarten anschauen, reden wir noch kurz über das Budget. Hier die Hauptliste, ungefähr 630 Euro ohne Porto und Versand. Ist so im mittleren Bereich für das modernen Format, würde ich sagen. Man kann hier aber tatsächlich ein bisschen Geld einsparen. Da kann man durchaus Karten austauschen, falls es euch nicht schon aufgefallen ist. Aber als erstes wollen wir uns jetzt wirklich die Einzelkarten anschauen. Was soll das Deck überhaupt machen? Die namensgebende Karte, Kragenwick Krameter, viermal im Deck, viermal nach 5-4, ein Giant-Schamane. Den haben wir wirklich noch nicht oft gesehen. Wird aber jetzt kombiniert mit der Bayer-Box-Promophon-Gilden von Raphnecker, dem Imperious Greatworm. Da ist einfach nur interessant, dass der 16-16 ist. Natürlich mit dem Deck, wir können ihn auch ins Spiel bringen. 16-16 Unzerstörbar ist jetzt nicht die schlechteste Kreatur mit Convogue. Aber den brauchen wir eigentlich nur, um ihn in den Effekt vom Krameter abzuwerfen. Denn wenn dieser ins Spiel kommt, werfen wir eine zufällige Handkarte ab. Und wenn dies eine Kreaturenkarte war, dann fügt der Krameter einem Spieler unserer Wahl, natürlich unserem Gegner, so viel Schaden zu, wie die abgeworfene Kreatur Stärke hatte. Also im besten Fall 16 Schaden. Das wollen wir natürlich auch dementsprechend vorbereiten. Man bringt den Krameter natürlich erst ins Spiel, wenn man nur eine Handkarte hat. In dem Fall den Greatworm oder einfach öfters den Wurm auf der Hand hat. Dann funktioniert das natürlich auch. Also man will den Zufall einfach reduzieren, damit den Gegner überraschen und dann direkt dem Gegner 16 Schaden an den Kopf schießen. In Kombination mit den ganzen aggressiven Kreaturen, den Toolbox-Karten. Ist das wirklich eine sehr gefährliche Kombination. Und schon halt so ein bisschen Kombo-Potenzial hat das Deck auf jeden Fall. Man sucht sich zwar nicht mit Karten wie Court of Calling irgendwelche einzelnen Kombo-Pieces raus, wie das die anderen Toolbox-Decks machen. Aber hier die Variante ist halt auch sehr stark. Und damit wir eben in den richtigen Situationen immer die richtigen Karten finden, haben wir natürlich dreimal Eldridge Evolution im Deck. Wie gesagt, hier das Deck kein Court of Calling. Wir sind halt ein sehr aggressives Toolbox-Deck. So würde ich es halt wirklich nennen. Eldridge Evolution sehr stark. Nicht ganz so gut in Counter-Match-Ups. Aber wenn man sie halt im richtigen Moment spielt, man kann für drei Mana eine Kreatur opfern, dann sich eine Kreatur aus dem Deck raussuchen, die bis zu zwei Mana mehr kostet als die geopferte Kreatur und diese direkt ins Spiel bringen. Damit können wir natürlich dann im richtigen Moment, wenn der Gegner sich zum Beispiel mal austappt, den Krameter sofort raussuchen, wenn wir den Wurm auf der Hand haben, direkt die 16 Schadenspunkte machen oder eben die ganz speziellen Hate-Karten raussuchen. Wir haben natürlich viele einzelne Kreaturen im Deck und die kann man dann halt immer im richtigen Moment gegen das dementsprechende Deck einfach raussuchen, direkt ins Spiel bringen. Also eine ganz wichtige Karte, um das Deck halt einfach auch flexibel zu halten. Im Ein-Mana-Bereich haben wir dann unsere Mana-Beschleuniger, auch ganz typisch für das Deck. Viermal Noble Hierarch. Sehr stark, sehr gute Mana-produzierende Kreatur. Wir wollen immer im ersten Zug eine der beiden Karten legen. Birds of Paradise natürlich auch super gut, weil sie einfach Mana in einer beliebigen Farbe produzieren. Der Hierarch, aber eben mit der Exalted-Fähigkeit, macht eben unser aggressives Deck noch einen kleinen Ticken aggressiver. Deswegen wird hier der Hierarch über dem Bird gespielt. Sechs Mana-produzierende Kreaturen insgesamt. Dann unsere Beatdown-Kreaturen. Viermal Strangler Rootgeist. Sehr stark, zwei Mana, zwei, eins, Eile mit Undying. Undying natürlich eine sehr gute Fähigkeit, um einfach weiter Druck auf dem Feld zu behalten, falls der Gegner viel Removal spielt. Natürlich ist der Geist auch eine hervorragende Karte, um sie in die Eldritch Evolution reinzuopfern, weil die Karte halt durch Undying einfach dann noch einmal wiederkommt. Und dann natürlich im 3-Mana-Bereich viermal der Steel Leaf Champion. Kennen wir auch aktuell aus dem Standard-Format tatsächlich. Aus den grünen Beatdown-Decks. Funktioniert hier auch besonders, wenn man so viele Mana-produzierende Kreaturen im 1-Mana-Bereich spielt. Dann wollen wir sowas wie den Steel Leaf Champion halt auch schon im zweiten Zug direkt ins Spiel bringen, um ordentlich Druck aufzubauen. Wirklich eine sehr gute Karte für unser Deck. Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen zu den Utility-Kreaturen, die irgendwie halt einen bestimmten Effekt irgendwie haben, der positiv für unser Deck ist. Zweimal Fauna Shaman wirklich sehr stark, kann überflüssige Kreaturenkarten aus unserer Hand abwerfen, um sie in genau die passende Kreatur zu verwandeln. Damit kann man dann halt auch eben eine schlechte Kreatur abwerfen, sich den Wurm raussuchen, wenn man eben zu dem Crameter-Zug sich aufbaut. Sehr stark. Und dann zweimal Tireless Tracker. Einfach ein sehr starker Bieter. Und mit der Landfall-Ability, so kann man das auf jeden Fall nennen, kann man ordentlich Kartenvorteil generieren. Gerade in Kombination hier im Modern-Format mit den Fetch-Ländern. Da kann man jedes Land quasi in zwei neue Handkarten verwandeln mit dem Tracker. Wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Karte. Und jetzt kommen wir wirklich in den Toolbox-Bereich. Die einzelnen Karten, die wir dann zum Beispiel mit dem Fauna Shaman oder der Eldritch Evolution raussuchen. Je nach Matchup dann natürlich. Wir haben einmal Scavenging Ooze gegen Friedhof-basierte Decks. Sehr stark. Kann man auch gut gegen Aggro-Decks spielen, um sich ein bisschen zusätzlich Lebenspunkte zu generieren. Wirklich immer eine sehr gute Karte. Kann man auf jeden Fall im Main-Deck spielen. Wir haben natürlich noch so ein paar Utility-Kreaturen im Sideboard. Aber die Scavenging Ooze ist halt in super vielen Spielen einfach mindestens immer eine sehr solide Kreatur. Also kann man hier auf jeden Fall zocken. Und dann rechts daneben Magus of the Moon. Der laufende Blood Moon. Über die Karte haben wir ja auch schon sehr oft geredet. Bestraft einfach die sehr gierigen Mana-Bases. Oder Decks mit der Tron-Mana-Base. Ist halt auf jeden Fall eine sehr starke Karte. Und hier in dem Deck natürlich besser als Blood Moon. Weil wir ihn gezielt mit der Eldritch Evolution oder dem Fauna Shaman einfach raussuchen können. Dann im Vier-Mana-Bereich haben wir einen Null-Heid-Ferox. Einfach großer, fetter Bieter. Schwer zu handeln für den Gegner. Ist wirklich eine starke Karte. Kann man hier auf jeden Fall am Ende der Kurve spielen. Und dann noch einen Surak. Der anderen Kreaturen auch Eile geben kann. Wenn er selber ins Spiel kommt. Gibt er in der Regel immer sich selber als erstes Eile. Ist aber auf jeden Fall eine super starke Kreatur. Um das Deck noch ein bisschen aggressiver zu machen. Denn am Ende der Kurve haben wir auch noch eine Galter. Super, super starke Kreatur. Sehen wir auch ab und zu sogar im Standardformat. Hat sie auch in das Modern-Deck geschafft. Wir wollen den Gegner halt wirklich schnell unter Druck setzen. Und wir müssen halt immer nicht unbedingt mit dem Crameter-Plan gewinnen. Wir können halt auch einfach eine Galter legen. Ihr dann Eile geben. 12-12 Trample. Auf jeden Fall eine super starke Kreatur. Wir kriegen sie auch immer recht preiswert. Wirklich ins Spiel. Also kann man hier auf jeden Fall am Ende der Kurve einmal zocken. Galter the Primal Hunger. Aufgefüllt wird das Deck dann mit 4x Lightning Bolt. Wundert uns glaube ich jetzt auch nicht mehr an der Stelle. Das ist der beste Burn-Spell. Können wir gleichzeitig als Removal-Spell benutzen. Für die gegnerischen Kreaturen. Oder um einfach den letzten Schaden auf den Gegner zu schießen. Ich meine mit dem Crameter und dem Wurm. 16 Schaden plus 1 Bolt sind 19 Schaden. Wenn der Gegner nur 1 Fetchland benutzt hat in dem Spiel. Dann ist das schon tödlicher Schaden. Also es passt einfach zu gut zusammen. 4 Lightning Bolt sollte man hier auf jeden Fall auch zocken. Typisch fürs modernen Format finden wir in der Mana Base als erstes 7 Fetch-Länder. 4x Wooded Foothills und 3x Misty Rainforest. Eben beim Budget schon angesprochen. Man kann das Budget ein bisschen niedriger halten. Die Misty Rainforests sind natürlich nicht wichtig hier in dem Deck. Da spielen die Leute dann meistens einfach die Länder, die sie haben. Hier könnte man natürlich auch sowas wie Windswept Heas einfach spielen. Um sich ordentlich Geld einzusparen. Macht einfach keinen Unterschied. Man muss halt 4x Wooded Foothills spielen für die Hauptfarbkombination. Plus 3 grüne Fetch-Länder. Da ist die zweite Hälfte eben nicht so wichtig. Könnte man also abändern. Mit den Fetch-Ländern suchen wir uns natürlich die Schock-Duels raus. Auch ganz normal. 2x Stomping Ground und 1x Temple Garden. Damit wir auch wirklich immer das richtige Mana zur Verfügung haben. Dann wird eben aufgefüllt. 3x Copperline Gorge, das Haste-Land. Und 2x das Filter-Land Firelit Thicket. Und dann abschließend 1 Kessick Wolf Run mit dem zusätzlichen Pump-Effekt. Wo man eben nochmal Mana reinpumpen kann. Oder falls man den Wurm ins Spiel kriegt. Dann kann man ihm mit dem Kessick Wolf Run nämlich Trampelschaden geben. Das macht den Wurm nochmal deutlich besser. Wirklich spielbar. Auch hier als Kreatur in dem Deck. Kessick Wolf Run schon immer eine gute Karte gewesen. Kann man hier auf jeden Fall zocken. Und dann 2x Cavern of Souls. Um seine Kreaturen gegen die Counter-Decks wirklich auch sicher ins Spiel zu kriegen. Ohne die Cavern ist es wirklich schwer den Krameter zum Beispiel ins Spiel zu kriegen. Also Cavern of Souls wirklich auch hier eine sehr starke Karte. Aufgefüllt wird die Mana-Base dann mit 5 Standardländern tatsächlich. Gut, wir spielen auch selber den Magos of the Moon. 4 Forests sind da auf jeden Fall sehr stark. Und dann der einzelne Mount. Ja, das war schon die gesamte Deckliste. Ist auf jeden Fall ein super cooles Deck. Super flexibel einfach. So ein Toolbox-Deck. Aber eben in der super aggressiven Stompy-Version könnte man sagen. Ich finde das Deck auf jeden Fall richtig cool. Schauen wir uns aber abschließend jetzt noch das Sideboard an. Welches eben mit diesem Deck hier gespielt wurde. Da sind nämlich auch noch ein paar coole Karten drin. Weiter geht's. Als erstes haben wir die zweite Scavenging Ooze hier im Sideboard. Wir werden gleich ganz viele einzelne Kreaturen noch sehen. Die sogenannten Utility-Kreaturen, wie ich sie ja immer nenne. Die sind einfach super, super stark in bestimmten Match-Ups. Und die will man dann eben dementsprechend reinboarden. Scavenging Ooze haben wir ja eben schon drüber geredet. Wenn man zum Beispiel gegen Dredge spielt, dann würde man auf jeden Fall die zweite Ooze reinboarden. Sie ist halt in manchen Match-Ups super, super stark. Und deswegen wollen wir hier auf jeden Fall die zweite im Sideboard haben. Ein paar neue Kreaturen hier aus dem Sideboard. Ein Eidolon of Rhetoric. Super gut zum Beispiel gegen Storm-Decks, Crank-Clan, Ironworks oder ähnliches. Jeder Spieler kann nur noch einen Zauberspruch spielen pro Runde. Super guter Effekt eben gegen diese Decks. Die müssen dann erstmal ein Kreaturen-Removal finden. Das Eidolon damit abschießen. Wenn das gegnerische Deck dann auch nur noch Lightning Bolt spielt, dann ist das wirklich schwer mit dem Eidolon. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Kreatur. Kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Rechts daneben einmal Kitchen-Fings. Zusätzlicher Life-Gain eben auch gegen die Agro-Decks. Das ist besonders gut natürlich auch mit Eldritch Evolution dann in dem Match-Up. Super, super gute Kreatur. Würde ich auch auf jeden Fall immer zocken. Dann haben wir noch ein Removal-Paket, könnte man sagen. Eingebaut in Kreaturen Night of Autumn und Reclamation Sage. Beides sehr gute Kreaturen. Der Knight natürlich ein bisschen flexibler, ein bisschen schwerer zu wirken. Kann man aber mit beiden Kreaturen sehr gut arbeiten. Fand ich auch sehr interessant, dass hier der 1-1-Split einfach gespielt wurde. Ein Argument für den Sage wäre noch, dass er ein Schamane ist. Teilt damit also auch Kreaturentypen für die Cavern of Souls. Aber da kann ich mir ganz wenige Situationen vorstellen, wo das wirklich relevant ist. Gehen wir mal eine Seite weiter. Hier haben wir dann noch eine Linvala, Keeper of Silence. Gegen alle aktivierten Fähigkeiten von Kreaturen auch super, super gut. Kann man zum Beispiel auch im Mirror-Match spielen. Wenn der Gegner selber ganz viele Mana-produzierende Kreaturen spielt, so wie wir, dann werden die alle ausgeschaltet. Kreaturenbasierte Combo-Decks werden davon sehr hart getroffen. Man kann die Karte aber auch einfach gegen Infinity spielen. Linvala ist da auch eine super gute Kreatur. Sie schaltet den Ravager ab, sie schaltet Steel Overseer ab. Also wirklich eine sehr gute Kreatur und tatsächlich viel mehr einsetzbar, als man denkt so auf den ersten Blick. Und rechts daneben dann noch ein Caldera Helion. Eingebautes Mass-Removal natürlich gegen die Agro-Decks oder gegen Token-Decks. Auf jeden Fall auch eine sehr nette Kreatur für unsere Toolbox. Dann außerhalb von den Kreaturen haben wir im Sideboard noch eine Cavern of Souls. Natürlich gegen die Control-Match-Ups haben wir eben bei der Mana-Base schon drüber geredet. Das Land ist einfach unfassbar gut und kann man hier dann tatsächlich auch einmal noch im Sideboard spielen. Und dann noch eine Damping-Sphere, ähnlich wie das Eidolon, gut gegen Combo-Decks oder gegen Tron-Decks zum Beispiel. Kann man auch auf jeden Fall immer zocken. Sehen wir aktuell im Modern-Format ja auch wirklich sehr, sehr, sehr oft. Kann man eigentlich immer spielen, wenn man halt nicht sein eigenes Deck damit weghatet. Und auf der nächsten Seite haben wir dann noch einen Alpine-Moon. Quasi die Mana-Preiswerte-Variante zum Blood-Moon. Hier eben mit dem leicht schlechteren Effekt fand ich eine sehr interessante Wahl. Und rechts daneben dann noch zweimal Relic of Progenitus. Zusätzlich ja Graveyard-Hate. Da muss man dann natürlich immer ein bisschen schauen, in welchem Meta spielt man. Was erwartet man für Decks? Manchmal braucht man nicht so viel Graveyard-Hate. Manchmal eben schon. Da muss dann natürlich jeder immer ein bisschen selber entscheiden. Genau wie bei der nächsten Karte. Der eine Shattering-Spray, wenn man sehr viel gegen KCI oder Affinity spielt. Oder eben beide Decks oft im Meta hat. Dann ist ein Shattering-Spray halt nie verkehrt. Kann sofort mehrere Artefakte gleichzeitig abräumen. Sehr starke Karte. Und dann auf der letzten Seite zum Abschluss haben wir noch ein bisschen Mass-Removal 1 zu 1 aufgeteilt. Auf Slack-Storm und Anger of the Gods. Wenn man wirklich mal gegen ein super aggressives Deck spielt, dann kann man seine eigenen Mana-produzierenden Kreaturen einfach raus-sideboarden. Dann Anger of the Gods zum Beispiel auch gegen Dredge spielen. Das halt auch sehr stark. Den Gegner einfach mal kommen lassen. Ordentlich aufs Feld legen, wenn die Gegner sehen, oh, wir spielen halt auch ein sehr aggressives Deck. Dann spielen die Leute manchmal ein bisschen aggressiver, um eben Board-Präsenz zu haben. Kein Mensch rechnet aus so einem Deck mit Anger of the Gods oder Slack-Storm. Man lässt den Gegner schön was aufs Feld legen, räumt dann komplett ab. Wir haben ja auch als Bieter sowas wie Steel Leaf Champion. Der hat auch vier Widerstand. Da ist das dann eben nicht so schlimm, wenn man dann mal einen Slack-Storm zum Beispiel auf das Board spielt. Also wirklich zwei sehr gute, überraschende Karten hier aus dem Sideboard. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, das war schon das komplette Sideboard. Alle 15 Karten. Da sind wir schon wieder am Ende von diesem Deck-Check angekommen. Aber morgen geht es ja weiter mit dem Mild-Deck. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Konntet ein paar Tipps mitnehmen. Wenn dem so ist, über einen Daumen hoch würde ich mich mega freuen. Wenn ihr Feedback zu dem Video habt, immer gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.